Die AfD wehrt sich gegen den Verfassungsschutz und das schon seit Jahren. Der hat die Partei als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingeordnet. Die Richter sagen, das ist rechtens. Am Vorgehen der Verfassungsschützer sei nichts auszusetzen. Dementsprechend zufrieden der Präsident der Behörde. Die Sonne lacht über Münster. Die Sonne lacht für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Erfreut über das Urteil auch die Innenministerin. Sie sagt, Deutschland sei eine wehrhafte Demokratie. Unser Rechtsstaat hat Instrumente, die unsere Demokratie von Bedrohung von innen heraus schützt. Genau diese Instrumente sind hier eingesetzt worden und heute von unabhängigen Gerichten zum zweiten Mal bestätigt worden. Die CSU sieht durch die Entscheidung des Gerichts die Verfassungsschützer gestärkt. Sie sagt aber auch, mit Blick auf die Europawahlen, die Politik müsse sich in Sachen AfD mehr bewegen. Wir müssen sie auch inhaltlich stellen und vor allem muss insgesamt auch die Grundlage für die Stimmung entzogen werden. Die Probleme müssen gelöst werden. Es ist der Auftrag und die Verantwortung, insbesondere auch der Bundesregierung, die drängenden Themen dieser Zeit zu lösen. Die AfD muss jetzt weiter damit rechnen, dass in ihren eigenen Reihen sogenannte V-Leute eingesetzt werden. Auch verdeckte Ermittlungen, Video- und Tonaufnahmen sind möglich. Die Partei wirft dem Verfassungsschutz vor, nicht unabhängig zu agieren. Hier wird eine Behörde missbraucht, um in den Parteienwettbewerb einzugreifen und die AfD strukturell zu benachteiligen. Das ist selbst verfassungswidrig. Die AfD will Beschwerde einlegen. Zahlreiche Beweisanträge seien von dem Gericht in Münster einfach abgelehnt worden, heißt es. Die Partei will den Fall deshalb vor das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig bringen. Sortieren wir mal das Urteil mit unserem ARD-Rechts-Experten Christoph Kilbach in Karlsruhe. Christoph, wir haben es gehört, Politik und Justiz sehen einen großen Erfolg für den Rechtsstaat. Hat denn das Urteil genau diese Dimension? Nun, es hat schon eine gewisse Dimension, dieses Urteil. Wir sind immerhin in der zweiten Instanz in diesem Verfahren. Und zum zweiten Mal hat nun ein unabhängiges Gericht das Vorgehen des Verfassungsschutzes bestätigt. Und damit natürlich auch ein bisschen der AfD das Leben schwer gemacht. Nicht nur mit dem Urteil selbst in der Sache, sondern auch, weil die AfD so ein bisschen diese Erzählung prägt. Der Verfassungsschutz sei letztlich ja nur der lange Arm der Regierung und seine Aufgabe sei es, die politische Konkurrenz klein zu halten. Und je öfter nun ein Gericht gewissermaßen sagt, das, was der Verfassungsschutz getan hat, der Bundesverfassungsschutz, das entspricht Recht und Gesetz. Umso schwerer wird es natürlich auch, diese Erzählung aufrechtzuerhalten. Aber Christoph, es könnte noch eine Instanz dazukommen. Die AfD will ja vor das Bundesverwaltungsgericht ziehen. Freuen sich Politik und Justiz vielleicht zu früh? Ja, aber so ganz leicht wird das nicht mit dem Bundesverwaltungsgericht. Denn das OVG hier in Münster hat die Revision nicht zugelassen. Um also doch noch nach Leipzig zu kommen, in die höchste Instanz, müsste die AfD erstmal erfolgreich eine Nichtzulassungsbeschwerde hier einlegen und durchführen. Und da sind die Hürden durchaus hoch. Das kann nur dann Erfolg haben, wenn die AfD wirklich einen Verfahrensfehler hier benennt. Und in Leipzig das Bundesverwaltungsgericht davon überzeugt oder eben klar macht, dass es hier in diesem Urteil eine neue Rechtsprechung gibt, die von der bisherigen Rechtsprechung abweicht oder dass es wirklich juristisches Neuland ist. Und dass es eine ganz besondere, hohe Bedeutung hat, dieses Verfahren. Und das ist aber juristisch zu betrachten und jetzt nicht in Sachen politisch oder gesellschaftlicher Gesprächswertigkeit. Das sind hohe Hürden und diese Nichtzulassungsbeschwerde müsste die AfD erstmal nehmen. Ja, dann kehren wir mal zurück zum heutigen Urteil. Was bedeutet das praktisch für die AfD? Wird sie jetzt so eine Art gläserne Partei? Also gläsern jetzt vielleicht nicht unbedingt, weil das impliziert ja auch ein bisschen, dass die Partei selbst sich öffnet. Daran hat sie überhaupt kein Interesse dran, meines Erachtens nach. Aber der Bundesverfassungsschutz darf weiterhin jetzt nachrichtendienstliche Mittel einsetzen, um diese Partei zu beobachten. Er darf beispielsweise V-Leute anwerben, also bezahlte Informanten aus dem Umfeld der Partei. Und er darf die Partei ganz genau unter die Lupe nehmen, weil nämlich diese ersten Verdachtsmomente laut OVG eben auch vorliegen. Und deswegen dieser Einsatz von solchen Mitteln auch gerechtfertigt ist. Das bedeutet, der Bundesverfassungsschutz wird sich die Partei jetzt weiterhin sehr, sehr genau anschauen. Analysiert unser ARD-Rechts-Experte Christoph Kehlbach. Dankeschön.